er bringt drei frische spieler das ist ein klares zeichen an die mannschaft schiedsrichter entscheidet auf freistoß auch heute hat er schon getroffen aber die szene war nix da muss er geschickt in den zweikampf geben jetzt könnte gefährlich werden das ist jetzt eine chance ganz bittere nummer mittlerweile jetzt steht es 5 zu 0 das war der gut der erste treffer hat ihn wohl beflügelt das ist hier schon der zweite eine einseitige angelegenheit das drückt auch das ergebnis aus das könnte der gelegenheit werden sie scheinen sich den gegner zurechtlegen zu wollen der ball läuft gut aber noch finden sie keine lücke jetzt vielleicht da passt der torhüter auf die ecke könnte gefahr bringen und jetzt die chance voller einsatz schuss geblockt kein jubel kein gesang nichts kommt mehr von den rängen ja die mannschaft zeigt einfach ein schlechtes spiel und die fans lassen sich jetzt davon anstecken dabei brauchst du genau in dem moment die unterstützung der anhänger das könnte die spieler noch mal pushen vorteilen diese gibt es jetzt die gelegenheit in der szene muss er pfeifen einsatz war zu hart jetzt gibt es die gelbe karte vertretbar denke ich der ball kann gar nicht so schlecht aber sie können trotzdem klären und hier wird es jetzt zwei minuten nachspielzeit geben das könnte der gelegenheit werden da passt auch sie scheinen sich den gegner zurechtlegen zu wollen der ball läuft gut aber noch finden sie keine lücke zur pause eine scheinbar beruhigende führung gesteht zwei zu null durch so ja die